so die nächste quest ist heilendes gift okay sammeln 15 sandstachel gift und rüsen okay die kann man gut mit der anderen quest hier kombinieren das war das video jetzt davor habe die videos jetzt einzeln gemacht damit ich da halt zwei videos von habe damit man die eine quest angucken kann und die andere quest angucken kann hier müssen wir einfach nur diese dinger hier töten die kleinen auch so okay dann können wir alles zusammen pullen ich muss zuerst etwas anwesieren gedroppt die 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 Wofür ist denn dieser Stein? Wofür ist denn der Stein? Achso, um die von oben runter zu holen. Weil man jetzt Nahkämpfer ist wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich brauche ein Ziel. Die Flamme. 10, 5 fehlen noch. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Jetzt habe ich die Attacke, die nicht verschoben. Wenn die Leisten fixiert, Anzeige, Aktionsleiste, äh, Leisten fixieren. Jetzt muss ich dich wieder festmachen. Da ist ein Fixier. Ich brauche ein Ziel. Ja, fertig. Dann können wir die abgeben. So, dann haben wir die erledigt. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel.